Willkommen zu Ausschneiden und Einfügen, dem Verschieben in Excel. Ausschneiden heißt ja, dass man Zahlen, Zellen irgendwo wegnimmt und woanders wieder einfügen kann. So, ich packe hier erstmal eine Rechnung drunter. So, hier drunter bietet sich eine Summe an. Ich klicke mal auf Summzeichen. Die vier Werte darüber werden summiert. Und nun kann ich natürlich den ganzen Bereich hier markieren und mit der Schere hier, mit dem Ausschneiden-Symbol, ich drücke mal STRG X, das Ganze hier ausschneiden, man sieht den Laufrahmen darum, und hier an eine andere Stelle mit STRG V oder dem Zeichen für Einfügen einbetten wieder. Ich klicke mal STRG V und jetzt wird es hier rausgenommen und an der Zielposition eingefügt. Natürlich werden bei diesem Ausschneiden, wenn Formeln betroffen sind, die Formelbezüge mitgenommen. So, das heißt, der weiß, auf welche Formeln er sich bezogen hat und da die mit rübergekommen sind, wird die Formel entsprechend angepasst. Das ist natürlich, ja, heikel. Ich drücke mal hier STRG X, hier STRG V. Wenn ich hier eine zweite Reihe habe, zweite Reihe, und hier sind auch Zahlen, da kommt dann natürlich was ganz anderes bei raus, die Zahl 18. Jetzt will ich hier die Summe haben und ich nehme das hier und statt dieses Auto-Ausfüllen-Kästchens, mit dem ich die Formel ja nach rechts rüber kopieren kann, erwische ich die Zelle hier am Rand. Und das ist auch Verschieben. Und da wird beim Verschieben der Bezug auf den alten Datenbereich beibehalten. Also, ich schiebe es nochmal zurück. Ja, wenn man eine Zelle mit STRG X ausschneidet und auf einen Zielbereich einfügt, bleibt der Bezug auf den alten Datenbereich erhalten. Also, das ist was anderes als STRG C, STRG V. Ja, was macht er denn jetzt? Das war Kopieren, Einfügen. Hier hat er sich gemerkt, die Richtung, ja, hier nimm die eine Spalte weiter links, die 4 da drüber. Das macht er hier auch. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kopiere das da drüber. Soll der Zellinhalt hier überschrieben werden? Jawohl. Und dann muss ich das drüber kopieren, weil Ausschneiden, ja, hätte den alten Bereich beibehalten. So, die Spalte nehme ich mal weg. Was ist denn, wenn ich hier nur die Daten rübernehme? Die Daten, ja, auch hier bleibt der Bereich auf dem Ursprungsdatenbereich kleben, wird der komplett verschoben. Also, Betonung auf komplett wandert hier der Bezug rüber. So, das Ganze passiert nicht, wenn ich nur einen Teil der Daten verschiebe. Ich habe jetzt nur mal eine Zelle verschoben und der Datenbereich ist immer noch der alte. Also, er sagt nicht hier B2 bis B3, Zelle C5 und B5, sondern hier wird der ursprüngliche Datenbereich beibehalten. Also, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich darf hier nicht einfach bestehende Datenbereiche auseinanderpflücken. Das kriegt die Formel nicht mit. So, da gibt es ein paar nette Tastenkombinationen für verschieben. Das haben wir ja hier mit der Maus gesehen. Man kann hier am Rahmen die Maus halten und verschieben. Doch, was passiert, wenn ich nach unten fahre? Ich gehe mal aufs zweite Blatt, schiebe tiefer und tiefer und tiefer und das Blatt geht runter. Ne, das will ich ja gar nicht. Ich drücke dabei die Taste Alt. Bei gedrückter Taste Alt wechsle ich aufs zweite Blatt und jetzt lasse ich erst die Maus los, dann die Taste Alt. Der komplette Tabellenbereich ist hier entfernt worden und hier aufs zweite Blatt genommen worden. Also, bei gedrückter Taste Alt, wopsa, wird auf ein anderes Tabellenblatt verschoben, wenn man sich dem da unten nähert. Im Übrigen bei Steuerung Alt wird entsprechend kopiert. Ja, hier ist jetzt eine Kopie der Daten und hier ist das Original noch mit Steuerung, Taste und Alt. So, mal wieder gelöscht. Ja, dann über einen kleinen Mausunfall. Na, ich markiere mal hier die Daten und habe eigentlich entfernen drücken wollen. So, ich mache das mal rückgängig, Steuerung Z. Ich drücke mal Großschreibtaste entfernen. Jetzt sieht man hier, wie beim Kopieren, wenn man Steuerung C drückt, einen kleinen Rahmen drum Raum fließen. Und wenn ich jetzt eine andere Stelle anklicke und die Eingabetaste drücke, also die Enter-Taste, wird mir dieser vom Laufrahmen markierte Bereich hier eingefügt. Also hier nochmal markiert. Ich nehme mal nur den Teil hier. Großschreibtaste, Entfernen-Taste. Der Laufrahmen ist drum. Ich gehe hier aufs zweite Tabellenblatt, klicke irgendwo hin und drücke Enter. Und jetzt wird nur dieser Teil hier aus meinem Bereich hier entfernt, hier aus meiner Daten werden entfernt. Und die Formel, die wird entsprechend angepasst. Also das klappt wunderbar. So, mal rückgängig gemacht. Das klappt natürlich beim Kopieren auch ganz gut. So, und der kriegt natürlich auch hier in der Formel mit, wenn etwas in eine neue Datei gezogen wird. Ich drücke mal Steuerung X, Steuerung N, eine neue Datei, Steuerung V, hier eingefügt. Und wechsel jetzt mal über Ansicht, Fenster wechseln in die andere Datei. So, und hier fehlen die Daten und die Formel bezieht sich jetzt auf die neue Datei. So treu ist diese Kopieren-Funktion, also dass die hier den ursprünglichen Datenbereich beibehält. Wir haben gemerkt, beim Kopieren von Formeln muss man ein bisschen aufpassen. Ich mache das mal rückgängig. Dass ich hier nicht, wenn ich hier Werte habe, die Formel einfach rüber verschiebe, weil er dann immer noch den alten Datenbereich im Sinn hat. Aber man kann natürlich das auch zielgerichtet nutzen, irgendwelche Daten komplett zu verschieben, falls hier mal was eingetragen werden soll. Beim Ausschneiden selber, ich drücke mal Steuerung X, haben wir beim Einfügen hier wirklich nur diese eine Option einfügen. Das heißt, wenn ich hier den Zielbereich anklicke und auf Einfügen gehe, nimmt er die Daten inklusive Formatierung so, wie sie drüben waren. Im Gegensatz zu Steuerung C, das Kopieren, wenn ich jetzt irgendwo einklicke, habe ich die volle Palette an Möglichkeiten, wie ich einfügen kann. Ausschneiden heißt also wirklich, das Original zu übernehmen und die Formeln automatisch anpassen zu lassen.